Heute wollen wir einmal an der RR125LC den DB-Killer ausbauen. Grundsätzlich führt der Ausbau des DB-Killers zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, ist deswegen verboten und wenn man erwischt wird, kostet es eine Menge Geld. Sei es drum, wir bauen ihn trotzdem aus. So wie hier gezeigt, sieht der DB-Killer bei der RR125 aus. Wir wollen ihn heute mal ausbauen und probieren dazu verschiedene Techniken. Wir werden dazu verschiedene Werkzeuge benutzen. Loslegen tun wir mit einer Sprengringzange, einer gekröpften Flachzange, einem Hammer. Außer benutzen wir einen Durchschlag, einen großen stabilen Schraubenzieher, einen stabilen Draht, eine große Unterlegscheibe, eine 16 mm Schraube mit Mutter und eine Rohrzange. Und los geht's. Hier hinten im Auspufftopf sitzt die Flöte. Der DB-Killer. Genau an dieser Stelle. Und wir beginnen mit der Sprengringzange. Die führen wir in die beiden Ösen hinten in den Sprengring ein, drücken die Zange zusammen und schon haben wir den Sprengring draußen. Das ging ganz einfach. Wenn der Rest genauso einfach geht, wird's kein Problem. Wir versuchen die Flachzange im DB-Killer zu verhaken, irgendetwas zu greifen, um den DB-Killer herauszuziehen. Ihr seht schon, das sieht nicht so gut aus und hat auch überhaupt nicht funktioniert. Okay, und dann nehmen wir einen weiteren Versuch. Wir nehmen dieses Mal den Schraubenzieher und versuchen damit an verschiedenen Stellen anzusetzen und den DB-Killer aus dem Auspufftopf herauszuhebeln. Aufpassen, dass wir den Auspufftopf selbst dabei nicht beschädigen. Aber ihr merkt schon, das war wieder nichts. Hat nicht so richtig gut funktioniert. Wir müssen uns was Besseres überlegen. Es könnte sein, dass sich der DB-Killer im Auspuff verkantet hat oder sonst irgendwie fest sitzt. Wir versuchen ihn mit dem Durchschlag und leichten Hammerschlägen zu lösen. Lassen wir die Flachzange nochmal ran. Irgendwohl einhaken, festbeißen, ausziehen, wie auch immer, das klappt wieder nicht. Versuchen wir etwas ganz anderes. Besorgt euch einen Draht, möglichst stabil, an dessen Ende ihr einen Haken biegt. Diesen Haken versuchen wir jetzt im DB-Killer einzuführen. Ihr habt am Anfang gesehen, dass der DB-Killer verschiedene Löcher hat. Wenn wir ihn da einhaken können, schaffen wir es vielleicht, den DB-Killer herauszuziehen. Am besten hält jemand das Motorrad fest, damit das Motorrad nicht vom Ständer fällt. So, kräftig ziehen, Motorrad festhalten und in diesem Fall hat es geklappt. Schwuppdiwupp, da ist der DB-Killer. Wie er aussieht, haben wir euch am Anfang schon gezeigt. Manchmal kommt man aber auch mit dem Draht nicht weiter. Dann müssen wir uns etwas Besonderes überlegen. In diesem Fall haben wir in den DB-Killer ein 16mm Gewinde geschnitten. Ein 16mm Gewindeschneider hat nicht jeder vorrätig. Also mal im Freundesgeist herumfragen. Wenn wir das Gewinde geschnitten haben, setzen wir von hinten die große Unterlegscheibe als Schutz und als Anschlag auf dem Auspuffstopf auf. Schrauben nun die große 16mm Schraube hinein und ziehen die Mutter bis zur Unterlegscheibe an. Wenn alles handfest sitzt, kann es gleich losgehen. Jetzt kommt die Rohrzange zum Einsatz. Ihr könnt natürlich auch einen großen Schraubenschüssel, wenn ihr einen passen habt, verwenden. Geschafft. Der DB-Killer ist draußen. Diese Methode funktioniert auf alle Fälle. Probiert es selbst aus, wenn ihr die anderen Methoden vergeblich probiert habt. Falls ihr Lust an unseren Videos gefunden habt, schaut euch die anderen Videos von betabikes.de an. Oder noch besser, schaut auf www.betabikes.de vorbei. Dort gibt es ein großes Special zur BetaRR125LC. Es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Und das hier in der Mitte! Es ist vor allem ein großes Schraube. Und das hier in der Mitte! Es ist ein großes Schraube. Vielen Dank.